Ciao Leute, was geht denn her? Willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei. Es hatte leider wieder eine gute, hässliche Vive HD. Schönen guten Tag. Absolut unnötig, dass du wieder dabei bist. Leute, ich bin heute hier wieder durchs Internet gestriffen und habe mit meiner Bandage und meiner linken Hand eine geile Zeit gehabt. Ich ziehe mal ganz kurz meine Lachbandage an, meine Freunde. Denn es könnte sein, dass meine Lachmuskulatur in meiner linken Hand erst extrem leidet. Denn wir werden uns wieder YouTube-Kacke reinziehen, meine Freunde. Lange nicht mehr gemacht. Das Format ist sowieso komplett tot. Wir machen es trotzdem weiter, weil es immer noch funktioniert und ihr so dumm seid, dass ihr es immer euch noch anguckt. Ich meine, also jetzt mal... Real Talk, Leute. Ihr könnt die Videos auch selber gucken, nur dass ihr es wisst. Alle Videos... Ach, das geht? Alle hat die Frisse. Alle Videolinks sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir beginnen doch direkt mit dem ersten Video und zwar der Bi von Monte und Unge. Alter. Ich habe den schon mal im Stream reingezogen. Lukas, du hast es noch nicht gesehen, oder? Oh mein Gott, das ist okay. Okay, Leute, wir ziehen es uns einfach nochmal rein. Dieses Video, wirklich der absolute Overkill. Muss man ganz ehrlich sagen, Leute, geistkrank. Auch den Kanal kannte ich vorher gar nicht, aber... Der Kanal von dem guten Herrn On Point, wa? Ja, 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 aber das Video... Ohne Scheiß, das ist mir die beste YouTube-Kacke-Seite lang. Top-Top-Content, Top-Content. Mit After Effects. Wollen wir rein. Wollen wir rein. Yey! Yey! Sein da! Bam, bam, schach, schach! Yey! Mit diesem Bröckel an der Seite, Alter. Richtig krank reingekillt, Junge. Ich frag mich manchmal echt, was bei Monty im Kopf abgeht, wa? Das ist in Ordnung. Nein, das ist in Ordnung. Was ist mir das geiße? Was ist das in Ordnung? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hä? Achso, Telefon klingelt, Bruder. Manu, was ist da jetzt los? Hallo? Mein lieber Freund, das war's noch laut. Ah ja. Das ist jemand zum Mund. Mega. Danke, dass du mir erstmal gratulierst. Feuermund ist so hart, ne? Ist das dein fucking ernst? Dann liegen sie noch mal eins dazu. Kleiner Kecko, Alter. Baba, danke. Dass du das wirklich traust, danke zu sagen. Dass du dich wirklich traust, danke zu sagen, du ekelhaftes... Ja, gut, okay, alles klar. Ist das dein fucking ernst? Bruder, kurz geht raus. Irre. Das lachen dazu, Leute. Ich bin so froh, dass du so einen Knopf auf einem Streamweg habt. Ups, jetzt habe ich ja alles umgestellt. Moment. So ist richtig, ja, ja. Komm, setzt du ihm, Lunge? Wer ist das bei ihm, Leute? Halt, lass, 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 lass. Junge, Alter. Digger, was ist das mit dem? Rolex Boy. Ah, dann hat sich... Red Hats. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. DJ, hau doch mal den Aal an. Ich hab Bock auf gute Musik heute. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Jetzt checkt auf jeden Fall meinen Kanal aus. Absolut Killer, wirklich. Es ist eines der besten Videos, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Ja. Jetzt haben wir mal noch Han Dreas, Alter. Ja. Han Solo, gepaart mit Andreas. Kann nur scheiße werden. Äh, geil werden. Ist von der YouTube Kack-Factory. Einem der Kanäle, die wir ja schon öfters gefeatured haben. Kuss geht raus an alle Leute, die hier regelmäßig Content erstellen und uns darauf reagieren lassen. Ehre, 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 Ehre. Fortnite Creator Code Revitzeit. Äh, äh, weifelt rein. Du bist doch hinter etwas her. Ist das Rache? Nein. Geld? Nein. Oder etwas anderes. Es ist Obst. Es ist Obst. So sieht's gut aus. Naja, ich sag mal. Entweder bist du blind auf Beine, als wenn man mal kommt. Blöd. Ich hatte einen Job. Wahnsinns Gangster. Halt, stopp. Halt, stopp. Schrei. Mal. Das geht so. Ah! Ich weiß noch, der Moment, dass mein Vater mir da mal Schreien beigemacht hat. Beste, wirklich. Nein. 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 Entweder ich gebe dir gemacht, oder sie kriegen ein riesengroßes Problem. Oh, Leute. Ich brauche deine Crew. Ich brauche deine Crew. Ich brauche deine Crew. Danke, Leute. Thomas hat einfach andere Musik drunter gelegt. Ähm. Ne. An dieser Stelle, meine Freunde. Muss ich einfach sagen. Extrem stabile YouTube-Kack. Hier ist noch eine von KLS. Von Stupido Schneidet. Da habe ich aber Angst, dass KLS mich anzeigt. Deshalb lassen wir das einfach an der Stelle mal sein. Besser ist das, Digger. Ich küsse eure Augen. Schaut nicht bei Y vorbei. Von der Creator Code Revinzeit. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.